Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsbörger der Welt und auch herzlich Willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen. Diesmal geht es um Melanie Müller und das Thema, warum ich Melanie Müller kein Wort mehr glaube. Ich denke, einige können sich schon denken, in welche Richtung das Ganze jetzt geht, aber nochmal vorneweg, ich finde es auf jeden Fall ziemlich heftig, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist. Ihr habt es ja mitbekommen, dieser Auftritt von ihr vor zwielichtigem Publikum, die Dinge reingerufen haben, die ich hier auf YouTube glaube ich gar nicht sagen darf. Und sie mit eindeutigen Signalen, die sie auf der Bühne ausgesprochen hat, beziehungsweise auch gezeigt hat, wo man sagen muss, okay, man könnte denken, sie hätte jenes oder dieses gemacht, bevor sie mich jetzt hier abmahnt, ja, aber durchaus glaube ich ihr da nicht, dass das alles zufällig war. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das alles aus Versehen war oder aus Unwissenheit und man merkt auch bei dem ersten Video, was es, glaube ich, bei der Bild immer auch gibt, dass sie da auch kichert und das Ganze in dem Moment sogar lustig fand, ja. Das ist jetzt aber auch nur meine Meinung. Ich finde es auf jeden Fall sehr unglaubwürdig, was sie in den letzten Tagen so gemacht hat. Einmal dieses Statement von Instagram und einmal, ja, wo sie auch so mehr oder weniger schlecht abgelesen hat, also schaut gerne in die letzten Videos rein, und einmal, wo sie dann nochmal was zu gesagt hat, dass es ihr ja sehr schwer zugesetzt hat und sie jetzt erstmal sich eine Auszeit nimmt. Diese Auszeit hat nicht lange gehalten, ja. Man wundert sich ja sowieso, es gibt ja Meldungen, die behaupten, dass sie einen Schlaganfall hatte und bei einem Schlaganfall sollte man sich sowieso mal ein paar Wochen eine Pause gönnen. Sie hat sich selbst angeblich entlassen und ist auch gleich schon wieder aufgetreten. Irgendwie wirkt das alles sehr komisch, na. Jetzt hatte sie ja vor einigen Tagen, das ist ja auch noch nicht lange her, guckt mir die letzten Videos mal an, erst gesagt, dass sie jetzt wirklich eine Pause einlegt, weil ihr das alles zu schaffen macht und sie muss sich da erstmal von erholen. Das hat nicht lange gedauert und sie hat jetzt schon wieder die nächsten Auftritte. Und ich frage mich echt, okay, vielleicht gibt es da fixe Verträge, ja. Woran sich dann auch die Veranstalter zu halten haben. Das kann natürlich sein, aber wer lässt denn bitte noch Melanie Müller nach der Nummer auftreten? Also da würde ich doch sagen, okay, und wie komisch, die möchte ich jetzt nicht unbedingt in meinem Lokal haben. Also zumindest ich würde es so denken. Aber na gut, es gibt immer noch genug und da möchte ich mal auf den Fokusartikel hier zu sprechen kommen und mit euch das Ganze hier durchgehen, ja. Melanie Müller, Auftritte in zwei Mallorca-Discos. Wie die Mallorca-Zeitung berichtet, absolvierte die 34-Jährige Freitagnacht im 30. September, also auch ganz kürzlich nach diesen Videos, ja, nach der ganzen Kritik, gleich zwei Bühnenauftritte auf der Urlaubsinsel. Demnach sei sie mit ihrer Musik zunächst in der Diskothek Bolero aufgetreten. Das Konzert dauerte allerdings gerade einmal 17 Minuten. An Melanies Auftritt sollen die Disko-Besucher sich trotz der Schlagzeilen der vergangenen Tage nicht weiter gestört haben. Auf der Bühne habe sie nochmal betont, dass sie sie nicht zu Schulden habe kommen lassen. Danach ging es für die Romy Big Brother Siegerin noch ins berühmte Oberbayern. Ihr Auftritt soll aufgrund des Extremismus-Skandals allerdings lange auf der Kippe gestanden haben, ja. Also dass das Oberbayern, vielleicht gab es da fixe Verträge und sie konnte dagegen vorgehen, aber eigentlich ist das Oberbayern und der Megapark und diese ganzen Lokalitäten eigentlich, ja, so groß und auch für die Mallorca-Sänger so wichtig, dass ich das nicht ganz verstehen kann, dass man da nicht sagt, nee, da ist sonst der Ruf des Ladens wichtiger als jetzt Melody Müller und ihr Auftritt. Also ich kann es nicht so, also entweder gibt es da wirklich so tolle Anwälte von Melody Müller, wo man, die haben da wirklich gute Arbeit geleistet, dass sie da auftreten darf oder, äh, ich verstehe es nicht. Also ich hätte sogar, glaube ich, eher gesagt, ja, dann nimm das Geld, aber du trittst es hier nicht mehr auf. Also das wäre mir jetzt als Oberbayern wichtiger gewesen. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, na, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ansonsten gibt es natürlich da auch wieder so ein paar Punkte, äh, die man auch nochmal, äh, miteinander hier besprechen kann, ja. Zum einen, ähm, habe ich ihr diese Schmieren-Komödie bei Promi BB auch nie abgenommen, ja. Ihr habt da vielleicht noch eine Erinnerung, ähm, dass sie ja dort sich da hingesetzt hatte und unter Tränen dann mit dem, ich kann auch das Publikum nicht verstehen, also wirklich nicht, also, ich, aber das ist vielleicht nochmal ein Seitenvermerk zum Ende hin. Also, ihr habt diese Schmieren-Komödie vielleicht noch im Kopf, wo, wo live dann, äh, ein Gespräch stattfand, weil sie ja so gelitten hatte. Und das haben die sich natürlich bei Sat.1 auch nicht nehmen lassen und haben dann gesagt, komm, Melanie und komm, Ex, äh, setzt euch da mal, äh, vor Millionpublikum hin und, äh, besprecht eure Beziehungsprobleme oder eure Eheprobleme. Und er hatte da, glaube ich, auch gar keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat oder vielleicht ist er doch ein bisschen berechnender, ja, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall gab es dieses sehr peinliche und unangenehme Gespräch, äh, dort ohne richtig, äh, ja, eine, weiß ich nicht, eine Lösung am Ende zu haben, ja. Also, es ist da ein vollkommener Schwachsinn gewesen. Es war total unangenehm und sie war immer, ach, die Arme, ja, und der Mann und, ach, jetzt ist sie da alleine jetzt und sie ist so traurig. Ich weiß nicht, was die Zuschauer, ob die da alle zu einfach gestrickt sind oder alles glauben, aber Melanie Müller hat das Dschungelcamp gewonnen, da konnte ich es noch verstehen. Da war so diese toughe, ähm, Frau, die da quasi auch alles gegessen hat, was nicht bei drei auf dem Baum war und sich nicht, äh, beschwert hat und, äh, hat da, glaube ich, Sympathien gewonnen. Bei Promi-BB hatte ich das dann nicht mehr verstanden, weil sie war in anderen Formaten schon unsympathisch, mir aufgefallen. Dann bei Promi-BB, äh, auch die ganze Art und Weise, auch mit dem, mit dem Ex, wo ich auch schon dann irgendwie ein komisches Gefühl hatte von ihrer Seite. Dann war es ja auch, als die Beziehung beendet war, relativ schnell, dass ich dann schon wieder einen neuen hatte und da gab es ja auch Meldungen, hatte ich ja auch schon drüber berichtet. Und, also, irgendwie ist es ja unglaubwürdig, ja, also ich nehme ihr diese Schmierenkomödie nicht ab, ja, so damals schon nicht, aber jetzt sowieso nicht und jetzt diese neue Schmierenkomödie auch nicht. Also, das ist, äh, so irgendwie die Quintessenz, die ich jetzt gewonnen habe aus den letzten Jahren, dass ich die sehr, sehr schwierig schon immer fand, ja, ihre ganze Karriere ist ziemlich trashig aufgebaut, ja, vom, ähm, dubiosen Filmchen, ja, ist ihre Sache, aber bis hin zum Bachelor-Auftritt, der auch so ein bisschen komisch war. Dann hatte sie eigentlich einen Hype quasi durch die Dschungelkönigin-Phase, wo ich gesagt habe, okay, da hat sie sich ja irgendwie dann doch nochmal von der anderen Seite gezeigt. Und dann kamen wieder andere Sendungen, wo ich gesagt habe, oh Gott, und jetzt, Promi-BB, im letzten Jahr war das, glaube ich, und dann die Trennung, diese ganzen komischen Beiträge von ihr und, ähm, jetzt die Nummer, äh, mit diesem, ja, Auftritt dort. Und ich kann das nicht nachvollziehen, dass überhaupt noch irgendjemand die verteidigt und das cool findet. Also, es gibt durchaus immer noch Leute, die sagen, ja, geil, oder, keine Ahnung, aber ich kann euch nicht nachvollziehen. Das muss ich mal so offen sagen. Ja, da wird mir persönlich ein wenig übel bei. Ansonsten, wie gesagt, soll es das schon gewesen sein, ähm, ich denke, das sind Begründungen genug, warum ich dieser Frau irgendwie gar nichts mehr glaube. Also, gerade dieser Promi-BB-Auftritt, das, das habe ich nie verdaut, ja, das habe ich nie verstanden, wie es dann echt Leute fertigbringen, für so eine Person anzurufen. Also, das war von vornherein klar, dass es ein riesiger PR-Move war. Ich kann es nicht nachvollziehen, da waren Leute wirklich zu doof, das zu durchschauen, ja, also wirklich traurig. Das soll es dann aber auch gewesen sein, ähm, lasst gerne ein kostenloses Abo da, schaut auch gerne das letzte Melanie-Müller-Video gerne rein. Und dann war es das hier nochmal ein Update, also lange hat das Zurückziehen aus der Öffentlichkeit auf jeden Fall nicht gehalten, ja. So deutlich muss man das sagen. Bis dann und tschau tschau.